NPD wirft Skandalfunktionär aus der Partei Erster V-Mann des Verfassungsschutzes abgezogen? Nürnberg, Berlin Nachdem die Bundestagsparteien sich bisher nicht auf einen Abzug ihrer V-Männer aus der NPD einigen konnten, haben die Nationaldemokraten nun selbst die Sache in die Hand genommen und mit Rainer Biller, den womöglich ersten angesetzten Verfassungsschützer, aus der Partei ausgeschlossen. Die NPD unter der neuen Führung Holger Apfels kündigte bereits im Vorfeld an, nun den Abzug aller V-Leute aus der Partei einzufordern. Biller war als selbstvertretender Kreisvorsitzender für die überparteiliche Bewegung Bürgerinitiative Ausländerstopp, die von Mitgliedern der NPD geführt wird, aktiv. Der zwielichtige Politiker, der vor seiner politischen Laufbahn einen Swingerclub leitete, lieferte durch neuliche Äußerungen zu den sogenannten Dönermorden und Organisation NSU Selbstschlagzeilen. Tod dem Döner, es lebe die Nürnberger Bratwurst, schrieb Biller bei dem sozialen Netzwerk Facebook unter einem Screenshot des öffentlich präsentierten NSU-Bekennervideos. Hinzu fügte er, dass wenn wir Glück haben, verschwindet erst die Dönerbude, dann der Rest von der Mischproke, so der nun entlassene NPD-Funktionär. Die NPD äußerte die Tage mehrfach strikte Ablehnung zu den verübten Dönermorden. Man sei eine Partei, die Terrorismus als Mittel der Politik strikt und ohne Wenn und Aber ablehne, sagte der neue NPD-Vorsitzende Holger Apfel zum Thema. Außerdem betonte er, wenn der Staat sich aber selbst nicht an seine Regeln hält und es Inlandsgeheimdiensten gestattet, sich rechtsfreie Räume zu schaffen und sogar Killer anzuheuern, dann bereitet mir das große Sorgen. Wir haben keinen Grund, China oder Russland zu kritisieren, wenn es in der Bundesrepublik einen sogenannten Verfassungsschutz gibt, der offenbar steuergeldfinanzierte Terroristen heranzüchtet oder zumindest Kenntnis von schwersten Straftaten hat. Immer wieder falle auf, dass nicht die anständigen NPD-Mitglieder, sondern die vermutlichen V-Leute selbst zu Straftaten neigen, um der Partei Schaden beizufügen, fügte Apfel hinzu. Das Thema NSU und Dönermorde beschäftigte auch die Fraktion der Partei im Landtag zu Mecklenburg-Vorpommern. In der letzten Landtagssitzung griff der Abgeordnete Andrzejewski das Thema auf und stellte die Rolle des Verfassungsschutzes in Frage. Ähnlich wie auch sein Parteichef Apfel vermutet er hinter der NSU eine gesteuerte Aktion des Inlandsgeheimdienstes.